Musik Ja, Gläser Bin gleich wieder da Ja Geht nämlich auf den Keks ohne Ton Seit du es gesagt hast Und mir es erst aufgefallen ist Türelü Ah Mensch, so eine Zigaretten-Trinkpause Hätte ich auch mal wieder Bock Ja, dann komm, dann machen wir jetzt einfach schnell eine So Leute, da sind wir wieder Was? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen Präzision Ja, das wäre Die letzte Zeit keine Präzision von Nöten Ja, genau Äh, anders Da lang Boah, nee Total Toll Dann auch noch ein scheiß Schild Äh, mit so einem Smiley Um die Ecke hüpfen Ist einfach Ach du Scheiße So, um die Ecke hüpfen ist echt einfach Ja, stimmt Oha 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 Fertig Ja Du musst da auf den Den Zapfen hier Äh, oder? Das ist voll einfach gewesen Sieht nur so weit aus Ah, gut Ah, das geht zur nächsten Challenge Okay Ach, komm ey Das ist jetzt wirklich nicht schwer Ich bin noch ein bisschen müde Das muss ich dazu sagen Das ist Zeit der Welt Nee, ne, 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 ne Hey Letzter runter Ja, Allah geht doch. Ah, hier rüber, okay. Nein. Nein. Nummer 3. War das schon 3? Ich glaub ja. Das war jetzt wirklich ein verschenkter Punkt. Aber guck mal, Gegensatz zu dem Vorregen, ey, ohne Witz, manchmal voll übelst schwer und dann wieder so einfach. So, Slip, du hast es bald geschafft. Bald sind wir fertig mit der Session. Ach ja, hier kommt irgendwas mit Eis, hab ich vorhin schon gesehen. Äh, da hoch? Ne, mit Eis kann man nicht mit Shift, da fällt man runter. Ne. Ne? Oh. Ich lauf außen am Rand nicht lang. Oh, scheiße. Ich glaub hier brauchen wir einen Doppelsprung. Stimmt, man kann da ausrutschen. Boah, man braucht aber ein bisschen, bis man's kriegt. Ja, aber hier brauchst du Doppelsprung. Wohin? Ah. Äh. Oh Gott, ich fang hier unten an. Ich bin drin. Ah, jetzt hab ich grad voll den Lauf. Was geht denn ab? Die Pause hat mir gut getan. Ach. Mir gar nicht. Aber ohne Witz, es ist grad Pipifax, was kommt. Vorhin der eine Sprung hat mich so gekillt, ey. Hätte ich Doppelsprung gebraucht, richtig? Äh. Ja, ich hab's mit Doppelsprung gemacht. Ich bin da komplett durchgestammt, ohne Pause. Yeah. Applaus. Muah. Äh. Was ist denn jetzt? Remember, Stage 2, Meta-Fortical, Cakewalk. Cakewalk? Ja. Was waren das nochmal? Cakejumping can be a glitchy, but that just adds the back one means fun. Zilla. Oh. 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 Ist ein bisschen glitchy. Das... Wahrscheinlich buggy, meint er damit. Aber voll easy. Oh. Krass, ey. Vielleicht schaffen wir nur noch bis zu 40 jetzt auf einmal. Haha. Icy Tower. Cornerjumping. Cornerjumping. Was heißt denn Cornerjumping auch noch, ey? Geht's denn da überhaupt lang? Ach. Ach du Scheiße. Woah. Ach Scheiße. Ich bin schon unter Druck, weil du so weit vorn bist. Hör. Ach du Scheiße. Nein, Shift vergessen zu drücken. Oh. Ey. Das gibt's doch nicht. Schrift vergessen zu drücken. Das äckert mich gerade voller Kanne. Ho. Ey. Beim zweiten... Da bin ich so langsam. Warum? Oh. Ich Idiot. Was? Wo war's? Wo war's denn? Wo war's denn? Junge da oben am Schicksten. Ich wollte weiterhüpfen auf das komische Schild. Es ist von easier hier hoch zu kommen. Jetzt hab ich's raus. Einfach nur Shift die ganze Zeit halten. Oh. Oh. Ach. Ach. Fuck. Oh. Boah. Ich hab schon Angst gehabt. Ich hab's geschafft. Ich hab schon Angst gehabt. Wenn man da runterfällt, dann kriegt man ja Schaden. Kann man normal nicht weiterhüpfen. Oh, es ging. Eins. Hahaha. Hahaha. Oh, zwei. Was war das jetzt? Ach, du Scheiße. Ich glaub, bei der nächsten geb ich gleich auf. Ach, foiya, Alter. Naja, ich hab' kein Bock mehr. Das war Absicht. Hahahaha. Hahahaha. Äh, ich hab' kein Bock mehr. Hahahaha. Hahahaha. Ah, Shift Key. Shift key. Aha. Ja, du kommst so nicht hoch. Du musst... Hä? Ah, der muss mal... Oh, ich hab gedacht, wir müssen auch oben drauf, alles klar. Oh nein, da hinten kommen noch mal einzelne Dinger. Was? Oh! Ich glaube, ich hab's gerafft, wie es weitergeht. Ja, boah, jetzt weißt du nicht weiter, gell? Nee, das war falsch. Ich weiß es. Hättest du mich nicht runtergehauen, hättest du dir gezeigt. Pisser. Hau ab! Ich werd jetzt böse, weil ich müde bin, ich werd knatschig. Alter, ich hab sie sogar in Ruhe gelassen, Mann. Ich will's gar nicht mehr schaffen, ich will dich jetzt bloß noch boxen. Hahahaha. Komm, du hast nicht mehr lange. Noch sieben Minuten, auf. Ich zeig dir das auch, komm. Oh, wenn ich mal wieder rüberkommen sollte, ey. Hau ab! Ey, du Pisser! Nein! Hahahaha! Verpiss dich, Mann! Hahahaha! Es ist voll unfair! Jetzt dreh dich mal rum, ne rum, ich sag nur spring zurück Doch, anders kann ich es mir nicht vorstellen Ey, was für ein Moff hat denn bitte diese Map gebaut, aber ohne Witz Ja, ich bin drüben Ach, leck mich doch, ey Weißt du, jetzt sag ich mir einmal wieder den Trick Jetzt kann ich gut schlafen gehen Jetzt kann ich richtig, richtig gut schlafen gehen Oh Oh Wenigstens mache ich keine Fails Nein Ich hätte das bloß nicht sagen sollen, ey, ohne Witz Oh Zwei Oh, Musik kommt, jetzt bin ich motiviert Was machst du jetzt, willst du mich nerven, nee, oder? Oh Nein Ja, ein Apfel Alter Verhandeln wir hier die Session, oder? Ja Dann Wie viele Apfel hast du? Ich hab 8 Ich hab 8 Na ja, guck, so weit hast du auch nicht Du hast mich da ein bisschen aufgeholt Ja, ein klein bisschen, aber das war echt ne harte Session Ach, grad ist, grad ist eine Level, ey Ich glaub, da haben wir fast zwei Folgen aufgenommen, ey Oh Gott Wir haben jetzt 5 Folgen für eine Stage Alter, was ist denn hier los? Guck dir mal das Ding an Das geht über den ganzen See anscheinend Alter, wenn du dann da runterfällst, musst du den kompletten Weg zurücklaufen Ja, und teilweise sogar schwimmen Ja Ach du Scheiße Oh nein Ja, diesen Channel Gamer Das war's für diese Runde Also, das Ding da hinten überspringen Ich guck mal Das da Das wird wieder im Traum, Alter Hat der einen Vogel? Hat der einen Vogel? Alter Hier sind, glaub ich, nochmal alle Dinger zusammengefügt, ey Ohne Witz Leitern Eisblöcke Normale Blöcke Ach du Scheiße Mach ich schon mal runter? Ne, das darfst du nicht Alter, das ist echt brutal Also das Holz Ding, das war echt heftig Ja Ach, grad die zwei, drei Levels, ey Das hat uns fertig gemacht Ey, aber ich hab ne Idee Wir schreiben uns die Dinger auf Was? Die wir nicht gemacht haben Wo wir aufgegeben haben Also beziehungsweise du bist jetzt Und dann machen wir die irgendwann nochmal nach In einer separaten Session Das können wir mal machen, ja Äh, welches war denn das? Das hier, ne? Ja, das hier war's Das ist die Ich schreib's mir dann auf Ich hab hier so Zettel 35 Ich hab ne bessere Idee Okay, wir machen hier ein Leuchter hin Oder so Wo baust du das hin? Oben drauf? Ja Und jetzt? Der leuchtet gar nicht Ach so, da braucht man glaube ich Redstone für Hä? Du kannst mit Rechtsklick irgendwas aktivieren Ah, genau Da kann man die Farbe oder was kombinieren Ach so, das machst du jetzt Da machst du jetzt ein Diamant rein Oder Gold oder so Wahrscheinlich, ne? Wollen wir mal Äh Diamant kann man reinhocken, gell? Ja Ja Ich guck mal, ich guck mal was beim anderen drin ist Gold hole ich mir mal Hä? Hat er die Dinger auf unserem Server nie gebaut? Ah, ne, aktivier einfach mal Schnelligkeit Also der hat nur Schnelligkeit aktiviert Bei dem einen Signal Ich kann da nix anwählen Komische Hä? Gute Frage Aber versuch's mal mit Rubin Vielleicht muss ich noch eine Reihenfolge machen Äh, Smaragd heißt das Ding genau, ja Oder Smaragd, ja Komisch Aber komm mal mit Der hat es Der hat nix drin Der hat nur das eine Ding Die eine Fähigkeit aktiviert Was, wie hat er das aktiviert, ne? Schnelligkeit Da unten drunter Ach, da hoch Guck mal, Eisen ist drunter Ah Vielleicht kommt's drauf an, was drunter ist Das kann auch sein Ah, dann musst du vielleicht Äh, Eisen drunter und Eisen rein machen, wahrscheinlich Kann das sein? Ich nehm jetzt mal, ich nehm jetzt mal einen Goldblock Und mach's Goldbach und rein Mach das mal so wie der Supermax, liebe Zuschauer Da lernt man sogar was hier beim Spielen Ja, das ist angegangen Oh, einfach so, okay Alles klar, dann haben wir das jetzt mal Jetzt hab ich Eile aktiviert Ja, aber was bringt das? Vermut man mal Ich vermute mal, dass man dann In einem gewissen Radius um das Feuer Äh, schneller hackt Ah, das kann sein Ich kann mir ausprobieren Ich nehm einfach mal ne Rollstrahke Bei mir ist aber nix Eingeswitcht Ich kann doch nicht auf Haken drücken oder so Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich ein Smaragd Ja Jetzt, ne? Äh, ja, jetzt, ja genau Ich hab ein Smaragd reingelegt Und hab auf den grünen Haken gedrückt Kann man das auch im normalen Survival-Modus bauen Ja Echt? Ist aber neu, oder? Ne, ne Hat bloß von uns noch keiner gemacht Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was man dafür braucht, um das zu craften Aber laut Mike ist es nicht, äh, einfach zu fahren Okay Na ja gut Dann würde ich es jetzt mal sagen Wir machen jetzt hier mal Schluss, oder? Achso, nehmen wir noch auf Ja Äh, okay Dann wissen jetzt wenigstens die Zuschauer, dass wir hier Irgendwann mal weitermachen und versuchen, das scheiß Ding hier zu schaffen Ich fliege jetzt noch zurück und dann beenden wir Was? Das andere Andere läuft Ja, mach das einfach weg Äh, wo waren wir hier? Hier, ne? Ne, alles weiter Ja, liebe Zuschauer, Ladies and Gentlemen Gamer Ja, dann sehen wir uns bis zur nächsten Session Genau Bis dann, ciao Tschöbide Tschöbide